Untertitelung des ZDF, 2020 Grundregel, ungehorsame erschießen. So weit ist es also schon gekommen. Ein anständiger evangelischer Deutscher muss mit dem orthodoxen Kreuz rumlaufen. Man wird nicht mehr lange warten müssen, bis der neue Ataman uns befiehlt, auf russische Art zu beten. Stehenderweise. Na, sehen Sie, Bischof, unsere Armee ist nicht mehr hier. So weit ist es nicht mehr. So weit ist es nicht mehr. So weit ist es nicht mehr. Halt, Halt, Halt! Halt!